schon zwei Leute noch komm schon One the Chamber? Yes ach das ist One the Chamber du 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 weil ich lauf gerade an dir vorbei ich bin so ja geil ich hab ich hab ich bin an ihm vorbei du springst in den Fluss du springst einfach neben ihm in den Fluss du läufst zu Arby vorbei und denkst ja geil überholt ja äh du können jetzt gucken ob es zu Arlay betrunken ist ich wäre ich wäre dann sehr verbunden wenn es noch einer betrunken würde ey was ist das für eine Statue das ist die Fortnite-Statue Alter sie fressen Alter oh Leute komm wieder runter oh fuck ich hab jetzt irgendwas in mir noch genickt oh fuck hi guys das S muss natürlich groß es ist wirklich One the Chamber nein fuck hier verfehlt ja weil man weil der so schnell mit dem Bogen ziehen könnte ja nein es hat gelegt fuck es leckt durchgehend dann ist das vielleicht nicht der Modus für dich ich hasse dich ich hasse dich so sehr der hatte nur fünf Herzen der hatte nur fünf Herzen ja als ob als ob fuck fuck ich habe ihr verfehlt hä man man diese Fotze man es stehen drei Leute da und es wird ein Pfeil reingeschossen und ich stört immer eh Alter da steht einer still und ich habe verfehlt das ist schon kaputt man das ist doch so einfach Alter weil der auch voll geheilt wird ich will ja nicht sagen aber dieser Map for one in the chambers zieht wie kommt der dort hoch? da läuft jemand auf der Mauer rum Alter wir sind so geil wie wir alle schonen alle was sich großartig ich kam dir auf die Mauer auf der Mauer auf der Mauer auf der Lauer sitzt da gleich der Apfel damn son where'd you find this? oh was bin ich hast du da auch nicht geschossen? oh mein Gott was bin ich eigentlich ich hab dir gerade eine achtzender Kills gefickt weißt wieviel ich hab? 6 haben wir uns gerade gegenseitig getrübt? nein ja genau ja genau okkohol na fuck wie? hä? natürlich in dem Moment wo ich jemanden töten will fangen lecks an ey ein nemmerns ist doch nicht mehr legit oh lol was das mir gerade auffällt was? dass du mein target bist das ist was in dem Moment bist du nicht oh fuck meins ist die Karotte ja die haut die kombo raus fuck fuck verfehlt oh mein gott jemand hat mich gerade gestimmt jemand hat mich gerade aus der Schussbahn von einem Pfeil rausgeschlagen ich wäre sonst gestorben ach lol man muss wirklich sein target mit dem ja dann kriegst du ja wahrscheinlich extra boah die hat verfehlt also ich will nicht sagen ich bin ich will nicht sagen ich bin so lange zufrieden so lange ich zweiter bin ah wie konnte der mich jetzt killen alter wie konnte ich sie nicht killen halt halt mann ich hasse dich so sehr halt wie kann ich wieso kann ich keinen schwerkampf gewinnen halt die 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 sie die 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 ich will das ich will Du bist doch so ne Fotze, Mama Wie? Der Pfeil Du kleine Pfeil Tch Ja 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 Äh! Fuck! Hinter dir! Hinter dir war es! Er war Eye Lemons Oh Pfeil Es laggt Nein! Du wurdest erschossen! Mann, es laggt Also jetzt wie lange ich jetzt weiter bin Mit Schinkerrottenmann Mit dem Melonskin Ich seh dich schon Ja! Hä? Wie? Ich weiß es nicht, aber es war zu geil Ja, ich will mal sagen Das war das beste Comeback ever Also Also Ciao Ich nehm aus! Ich nehm aus! Ich nehm aus